Ich rüfte die mal aus, ich kann die sogar tragen. Aber helle Baden soll ne Kacke sein, hab ich gehört. Ja. Kulte Keule, was macht die denn? Ach, die ist schon quasi, äh, auch fast gehabt. Ah, cool, wie viel, ähm. Ja. Lol, verflucht die Gegner? Mhm. Äh, warte mal. Was heißt denn ein schwarzer Ring? Bei, bei den, äh, Werten von dem Ding? Ich hab keine Ahnung. Äh, das ist, äh, Fluch oder so. Die ist ja voll kurz, die Keule. Die macht nen scheiß Angriff, ich will sie nicht. Wo ist mein Krudus Großschwert? Krudus Rischi Katana. Krudus Großschwert. Ah, das Ding ist toll. Äh, du willst ne Kiste, du hast gekringelt, ne Kette. Havels Stülpen, Havels Gamaschen. Ach, du hast, äh, Havels Dingsbums gefunden. Havels Helm, Havels Rüstung. Oh, da kann ich die anziehen bestimmt, wa? Bestimmt nicht. Ist ja auch so schwer. Havels Großschild. Drachenzahn. Ach, die Waffe von dem labern ich. Wie stark ist denn die? Ist Drachenzahn ne Drachenwaffe? Ne Drachenwaffe? Keine Ahnung. Ja. Ich brauch 50 Stärke für sein Schild, ne? Heilige Maria Mutter. Gottes. 34 Stärke für das Schild. Drachenzahn. Wo ist er? Der macht 290 Schaden. Jo. Für den brauch ich aber 40 Stärke. Oh, Gott. Oh, Gott. Und die Rüstung? Die ist bestimmt noch... 92,19, guck mal. Oh, Gott. Die ist ja richtig hart. Die ist richtig schwer, ne? Ja. Wenn ich jetzt Havels Gamaschen anziehe, Havels Stülpen, 54. Dann rolle ich wieder wie so ein Panzer, ne? Ja, aber übelst, ey. Panzerrolle. Burryroll. Nein! Was? Nein. Matsch. Wodurch? Runtergefallen. Durch den Schlag, Alter. Durch den Schlag von mir. Ja, es ist aber Dark Souls. So eine Frustmitte hast du, glaube ich, andauert. Leute, ich muss gleich mal einen Schluck trinken. Deswegen werde ich so Schluckgeräusche hören. Bitte nicht wundern. Und zwar genau jetzt. 36.000. Dann kann ich ein Level machen. Wenn ja, das wäre voll geil. Habe ich einen Speer? Irgendeinen geilen? Ich glaube nicht. Ah. Warum bist du so scheiß und schwer? Es ist der Deckel von der Cola runtergefallen. Na gut, egal. Lass dich auf dem Boden liegen. Ich habe gerade keinen Bock, mich zu bücken. Okay. Hier sind keine Gegner mehr. Kann ich jetzt hier... Ne, komme ich von unten oder von oben? Ich komme von da, ne? Ja, ich komme von da. So muss ich die Treppe hochgehen. Na gut. Genau, hier habe ich mal ein Video gesehen. Also ich habe ja im Holly LP geguckt. Aggressive Souls. Und zwar kann man hier an der Lunde... Äh, da wo diese ganzen Räume sind. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und zwar kann man hier... Irgendwo... Kann man irgendwie bei der Treppe rüberjumpen und da den Shortcut schon aufmachen. Also da ist man da schneller durch. Irgendwie, irgendwie geht das. Lass mich nochmal gucken, wie. Und eine... Mimikrie ist hier wieder am Start. Boah, Alter. Ich bin mal genau aufs Geländer gedingst. Ach, hallo. Ihr Bastarde. Ey, Mimikis... Die Mimikis finde ich zählen, aber es sah auch so eklig aus, ne? Mhm. Die rattle Zunge so. Es ist voll ekel. Silbermünze, fünf Stück. Boah, die kann ich bestimmt bei Dings verkaufen. Bei Frampt. Wer ist Frampt? Die... So heißt die Urschlange. Achso. Ah, ich weiß nicht. Wie soll ich... One-Hit gegen Sicherheit. Ich weiß nicht. Wie? One-Hit gegen Sicherheit. Äh, entweder das Schwert, dieses Affengeile von den Schwarzrittern, oder halt der Speer. Achso. Ich höre Bogenschützen auf mich schießen. Was bist du denn? Was bist du denn? Backstab, backstab, backstab. Schade. Ach komm, ich wollte dich backstabeln, Kollege. Dann stirbst du halt daran. Tausend Seelen. Wo dann geht's hier? Halt, da unten ist doch was. Stimmt was. Habe ich recht? Nein, verdammt. Halt, bevor ich weitergehe, möchte ich in die anderen Räume gehen. Was gebe ich hier noch Tolles? Schießen Bogenschützen auf mich von draußen, ey. Fuck yeah. Boah, scheiße, ey. Bück. Matsch. Tot. Nein. Letzt sich von dieser Seite nicht öffnen. Fickt euch. Hallo, Schwarzritter. Ach, du stehst. Ach da, du bist ein Drachentöter-Typ. Hey, wie geht's? Bam. Bam. Komm, regenerier Ausdauer. Ha, schneller als du, Kollege. Er droppt auch nix. Nachricht lesen. Gelobt sei die Sonne. Ja. Naja. Das liest man öfter. Och, du Scheiße. Alter, fast wäre ich wieder runtergefallen. Digga, sei nicht zu übermütig. Bin ich doch nicht. Bin ich hier. Ich und Darks. Ich Darks ist übermütig. Quatsch. Ja. Übermütig ist mein dritter Vorname. Ach, das Spiel ist aber toll, ne. Ich liebe das Spiel über alles. Das Spiel ist so suchtfördernd einfach nur. Oh, hallo, Kollege. Wo kommt man da? Kommen beide angerannt? Die sagten nein. Okay, es kommt nur einer. Mann, ich wollte dich backstabern. Einmal, bitte. Bitte, einmal. Komm. Boah, ich freu mich schon, wenn nicht Ben etwas... Rutsch. Wie wenig Schaden. Okay, ich... Der erste Schlag ist wenig Schaden, aber der zweite macht dann voll rein. Halt, ist das... Flakon! Oh. Also diese Drachenbögen sehen übelst groß... ...schulden scheiße aus. Aus. Diese Drachenpfeile meine ich natürlich. Ich find die sehen scheiße aus, aber richtig heftig. Sehen sie auch, sind halt verdammt große Dinger. Okay, ich kann da runter. Brauchst Menschlichkeit? Hab ich. Zwölf Stück, aber... Ich bin nicht menschlich. Reicht die Menschlichkeit, die ich hab? Die ich intus hab? Doch, ich hab doch eine, oder? Hab ich nicht welche gefunden? Na klar. Ah, eine hab ich. Eine hab ich. Perfekt. Ey, Katharina ist hier. Wie, Katharina. Siegmeier. Ach, äh, du meinst... Was? Ah, ihr schon wieder? Lasst mich raten. Wodet ihr von den Silberrittern verjagt? Ach, schämt euch nicht. So ergeht es Pionieren wie euch und mir. Ach, Katharina. Mir fällt schon etwas ein. Gemeinsam können wir es schaffen. Okay. Ich dachte... Ich dachte die ganze Zeit, ähm... Katharina ist diese Prinzessin, oder was? Nein, nein. So, warte, der hat hier Angst vor Schwarzrittern? Wow! Sagt das... Sagt das einer an der Seite steht? Das sind noch mehr. Das sind drei Stück. Ja, ja. Danke, hab ich grad. So. Jetzt geh ich da hoch. Und da rüber. Verrecke! Ich hasse die Stelle so sehr. Boots! 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 Droppt doch mal eure Schwerter, Jungs. Kommt! Macht mir den Gefallen. Zack! Zack! Die Schnauze, Kollege. Die droppen gar nichts, ey. Die sind voll scheiße. Das sind scheiße, Jungs. La, 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 la. Oh! Oh! Ja, komm, immer. Ich brauch immer einen... Ich brauch immer so einen ganz kleinen Schlag dann noch. Weiß nicht. Mach drei... Drei Hits brauch ich. Oh! Silberritterschild! Ist das gut? Ist das besser als so... Also ausgeglichener? 66. Mein Gott ist 96. Gut. Lassen wir das. Äh, bist du eine Mimikrie? Du hast... Ich seh keine Kette. Uh, 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 uh. Du bist eine Mimikrie. Du bist 100 pro eine Mimikrie. Ich greif dich jetzt an. Aaaaaah! Es ist keine. Schade. Ich dachte... Demonte-Titanit zwei Stück. Jetzt hab ich sechs Demonte-Titanit. Oh, holy fuck, alter. So, Kollege, du hast doch hier Probleme gehabt mit den Typen. Gibst du mir jetzt was für meine Taten? Ho, ho! Wie weit am... Ho, ho! Wartet, ihr habt diese Bestien besiegt? Kein Problem für mich. Fantastisch, ich begrenne dieser Ritter von Kitz. Ihr Lobt euch hiermit. Nehmt dies, als zeige ich mir eine Dankbarkeit. Windswesenring. Gib mir das nächste Mal Zeit, deinen Plan auszudenken. Warum lachst du? Warum lachst du? Rate. Keine Ahnung. Du kennst auch die Stelle, wo diese zwei mit den großen Bögen sind, ne? Ja. Ich war drauf und dran, den einen fertig zu machen. Schießt mich der andere runter von der Seite. Ach du Scheiße. Und der andere kommt hinterher. Boah, doch nicht. Oh, Scheiße. Fliegt der andere auch weiter. Warte auf mich, es war nicht so gemeint. Gibt's hier unten was, oder wat? Oh, jetzt kann ich wieder direkt dahin. Du hast es beim ersten Mal geschafft, ne? Was? Mit den Silberrittern da. Ja. Gut. Hä, wo geht's? Hä, was für eine Treppe ist denn das hier? Die ist voll verwirrend. Was braucht man, um diese erweiterten Waffe zu Funkeltitanit, ne? Ähm, ich hab keine Ahnung. Wow! Du bist böse! Wer ist böse? Ein Dämon. Der Dämon-Titanit droppt. Der ist da. Der wartet da in so einem Raum. Dort ist noch ein Schwarzritter. Hallo, Kollege. Ich hab nur ein erstes Flakon. Scheiße. Krieg ich den gelegt? Ich weiß es nicht. Ich würd's gar nicht probieren, wenn ich ehrlich bin. Ich probier's auch nicht. Hä? Was ist denn? Ich bin leicht verwirrt. Ich geh erstmal wieder hoch, denn da oben war ich da schon? Man kann hier irgendwo bei der Treppe runterjumpen. Ich glaub, hier ist das. Und dann kann man den Shotgun irgendwie schon früher freischalten, glaub ich. Naja, egal. Oh, meine Fresse. Oh, meine Fresse. Wie spät ist es? Oh, meine Fresse. Ach, kurz vor 11. Noch ne Stunde bis 0. Passt ja. Passt ja von der Zeit. Boah, ich hab hier Schiss, ey. Ich hab hier so derbel Schiss. Wovor hast du Angst? Er hat mich wieder auf dieses komische... Ah, genau, das war die Stelle, die ich meinte. Nee, Quatsch. Hä, von dir komm... Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, doch nicht im Ernst. Ich hab so dieses Ruhsleiden, ne? Das hört mich so auf. Ja, da ist Siegmeyer. Was? Jetzt bin ich... Hä, was? Wovor muss ich denn jetzt? Von hier komm ich doch, oder nicht? Boah, ich bin so froh, wenn ich hier so eine Schallstelle überlebt hab, ey. Ich bin so froh, wenn ich hier mal den Weg gefunden hab. Ja. Hä, von... Was? Ach, die war verschlossen, die Tür. Ach so, jetzt ist die offen. Okay. Short... Ah, das ist ein Shortcut. Ich verstehe. Ja. Okay, Siegmeyer. Na dann, ich geh mal wieder. Heißt du, mit dem Gargoylhelm seh ich aus wie so ein... Ach, wie nennt man diese... Diese Wesen, die... Die die Flügel auf dem Kopf haben. So... So fehlen Flügel auf dem Kopf. So... So... So seh ich aus. Ja, da ist ne Kiste. Ich möchte da hin. Ich möchte... Bin ich die bereit übersehen? Jetzt ernsthaft? Du meinst da ab hier? Nein, Quatsch. Hm. Man kann hier irgendwie rüberspringen, das geht. Ich bin mir ganz sicher. Ich wünschte, ich könnte die Bastarde schon von hier hinten aus wechsleiten. Äh... Ah, genau so. Ha. Jetzt hab ich, glaub ich... Jetzt spinne ich hier schon ein Stück weiter. Hallo, bist du ne... Du bist eine... Eine... Mimikrie... Oh. Oh. Zack. Jetzt gibst du mir 2000 Seelen und Symbol der Gier. Goldmünze. Weißt du, was der Symbol der Gier macht? Äh, du darfst mehr Seelen? Ja, Mann. Das ist voll geil. Oh, wirf ich mein Scheißspin in den Rücken. Verbessert gleich die Seelenaufnahme und das Auffinden von Objekten. Beides. Alter. Der macht beides besser. Ja, dann... Aber noch mehr kannst du nicht haben, ne? Als wir in der Szene kann... Ich weiß nicht, ob das trotzdem angerechnet wird, weil es ja... Weil es ja Ausrüstung ist, ne? Also eine Rüstung. Keine Ahnung. Ich glaub nicht. Aber wenn, ist geil. Noch so ein Ritter. Oh Gott. Alter, diesmal kümmere ich mich... Fuck! Ey, das gibt's doch nicht. Warum slide ich denn so derbe? Warte mal. Wow, jetzt bin ich verwirrt. Boah, ein Londo ist schwer zu verstehen, ne? Ich... Pfff.